Uçakları sever misin? Magst du Flugzeuge? Ben uçakları çok severim. Ich mag Flugzeuge sehr. Hicihelikopterle uçtun mu? Bist du jemals mit dem Hubschrauber geflogen? Bist du jemals mit dem Hubschrauber geflogen? Bist du jemals mit dem Hubschrauber? Nein, ich bin noch nie mit dem Hubschrauber geflogen. Bist du jemals mit dem Hubschrauber geflogen? Der Hubschrauber ist auf der Piste gelandet. Bist du jemals mit dem Hubschrauber geflogen? Dies ist eine Schule, die Flugausbildungen anbietet. Dies ist eine Schule, die Flugausbildungen anbietet. Bist du jemals mit dem Hubschrauber geflogen? Bist du jemals mit dem Hubschrauber geflogen? Pilotulmagisternlar burada eğitim oluyor. Wer Pilot werden möchte, wird hier ausgebildet. Wer Pilot werden möchte, wird hier ausgebildet. Helikopter havalanıyor. Der Hubschrauber geflogen? Der Hubschrauber hebt ab. Der Hubschrauber vazgebild. Der Hubschrauber gegen diese薙metregesteös der der Schole in geflogen. Herausforderung fürлена werden möchte, wird hier ausgebildet. Das kleine Flugzeug bereitet sich auf den Flug vor. Der Flugzeug bereitet sich auf den Flugzeug und den Flugzeug bereitet sich auf den Flugzeug. Untertitelung des ZDF, 2021 Die Menschen fotografieren die Flugzeuge. Helikopter yere çok yakın uçuyor. Der Hubschrauber fliegt sehr nah am Boden. 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 Der Hubschrauber steht kurz vor der Landung auf der Piste. Der Hubschrauber fliegt sehr nah am Boden. Küçük uçak havalanıyor. Das kleine Flugzeug hebt ab. Das kleine Flugzeug hebt ab. Das kleine Flugzeug. Die Menschen beobachten die Flugzeuge und trinken dabei ihren Kaffee. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. MÜZİK 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 Untertitelung des ZDF, 2020